Was machen Maschinenbaustudenten nach ihrem Abschluss? Genau, sie bauen eine Maschine. Das werden sich auch Tim Ascheberg und Jörn Jakobi gedacht haben, als sie die Idee für Scuddy hatten und diese schließlich Realität werden ließen. Wir haben uns während des Masters ein bisschen mit dem Thema Elektromobilität befasst, haben festgestellt, es ist ein neuer Markt, es ist ein interessanter Markt, da können wir als Maschinenbauer noch richtig unsere Ideen irgendwo ausarbeiten und haben dann in der Master-Thesis den gesamten Markt beleuchtet. Wir haben nicht nur gesagt, wir wollen was entwickeln, wir haben auch gesagt, wir können vielleicht auch als Dienstleister auftreten, wir können alles Mögliche machen. Wo kann eine Two-Man-Show erfolgreich sein und wo sind unsere Kernkompetenzen am besten einzubringen? Wir haben zusammen schon Abi gemacht, wir haben danach Maschinenbau an der FH studiert, auch auf Diplom noch, sind dann direkt nach dem Maschinenbau-Diplom eigentlich in den BWL-Master übergegangen. Das alles hat sich ein bisschen hingezogen, weil wir halt 2005 das Raceyard-Team gegründet haben an der FH und wir haben halt irgendwann im Laufe des Maschinenbau-Studiums festgestellt, dass die technische Sache zwar sehr interessant ist und das können wir auch, aber ohne den ökonomischen Hintergrund funktioniert es einfach nicht. Aber auch ohne die richtige Idee funktioniert es nicht. Der Markt der Elektroroller ist hart umkämpft. Scuddy besitzt jedoch einmalige Eigenschaften, die ihn von Konkurrenzprodukten abheben. Ja, Scuddy ist klappbar, sodass man ihn im zusammengeklappten Zustand als Sackkarre hinter sich herziehen kann, wodurch er zu einem Gepäckstück wird. Sprich, wenn ich in Bus und Bahn fahre und ihn zusammengeklappt dort mit reinnehme, ist er als Gepäckstück kostenfrei mitzunehmen. Also man braucht einen Führerschein, also für die 20 kmh-Version mindestens die Mofa-Prüfbescheinigung mit 15 Jahren oder drüber den Rollerführerschein 50 Kubik, Klasse M, ist aber auch in jedem Autoführerschein mit drin. Und als Zielgruppe sehen wir eigentlich Pendler für Bus und Bahn in Großstädten, die normalerweise vielleicht ein Klapprad oder ähnliches benutzt haben oder benutzen. Ein Projekt wie Scuddy braucht neben einem guten Konzept eine Menge Mut und Unternehmergeist. Birgt es doch nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Um für das Unternehmen ein Stipendium der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein zu erhalten, mussten sich Tim Ascheberg und Jörn Jakobi also eine Frage stellen lassen. Was machen sie, wenn sie 50.000 Euro oder mehr Schulden haben, können sie dann noch ruhig schlafen. Und da haben die dann halt auch so ein bisschen draus gedeutet, ob man den Unternehmergeist hat oder nicht. Weil es ist naiv zu denken, dass man ohne Schulden sowas aufbauen kann. Insofern, ja, wir haben Schulden. Es fließt viel Geld den Bacher runter, aber wir machen es eigentlich ganz locker und gewissenhaft. Wir haben da schon eine Menge Anfragen bekommen und häufig sind es dann auch Firmen, die gleich sagen, ja, das Ding ist ja auch super für Messen oder das Ding ist super für unsere Camper. Und der angesetzter Zeitpunkt für den Vertrieb ist März, April 2012. Wir haben noch eine ganze Menge Hürden bis dahin, aber nach unseren Kalkulationen klappt das alles locker. Und das ist die Suche Gegend. Kein YouTubers